Am 20. Oktober wählen wir das nationale Parlament. Wir wählen also National- und Ständeräte. Und wir bestimmen damit auch, wie die Schweiz sich in den nächsten vier Jahren entwickelt, wo sie sich hinbewegt. Für uns weiss nicht, wo es hingehen soll. Wir wollen nämlich für alle in diesem Land mehr Freiheit, mehr Wohlstand und mehr Lebensqualität. Und darum packen wir die Herausforderungen, die die Schweiz hat, an und wir lösen die Probleme, die wir haben. Das unterscheidet uns fundamental von allen anderen Parteien, die lieber Probleme bewirtschaften. Vor allem aber unterscheidet es uns von Links-Grün, denn diese wollen alles und jedes regulieren und verbieten und aus der Schweiz eine kleine Planwirtschaft machen. Und das wollen wir auf keinen Fall verhindern. Wir wollen liberale Lösungen für die Schweiz. Wir wollen die Schweiz auf einem liberalen Weg voranbringen. Und ich möchte Sie bitten, mit uns zusammen das anzupacken. Darum gehen Sie an die Tourne am 20. Oktober. Wählen Sie die Liste 3, FDP und in den Ständerat unseren Ständerat Ruedinosaurab. Besten Dank. Die Liste 3, FDP und in den Ständerat Ruedinosaurab. Besten Dank. Die Liste 3, FDP und in den Ständerat Ruedinosaurab.